Horror im Vergnügungspark. Plötzlich reißt das Seil. Katapultenmäßig bis zu 50 Meter in die Luft. Eigentlich gehört diese Bungee-Kugel zu den Highlights eines chinesischen Vergnügungsparks. Doch bei diesem Pärchen geht's gewaltig schief. Die Kugel schnellt in die Höhe. Plötzlich bricht die Halterung des rechten Stahlseils. Zuschauer am Boden gehen panisch in Deckung. Das Pärchen schwingt hilflos am verbleibenden Seil durch die Luft, bis die Kugel samt Fahrgästen mehrere Meter über dem Boden stoppt. Das eingebaute Sicherheitssystem hat sofort das Weiterwippen der Bungee-Kugel verhindert. Parkmitarbeiter befreien das Pärchen aus den Sitzen. Sie sind unverletzt, doch der Horror steht beiden ins Gesicht geschrieben. Die Slingshot- bzw. Bungee-Kugel wird unverzüglich gesperrt. Behörden untersuchen den Vorfall. Die Slingshot- bzw. Bungee-Kugel wird unverzüglich gesperrt. Vielen Dank.